Hi, ich bin Nicole Christ und arbeite im Baureferat des St. Augsburg. Ich stehe gerade hier vor dem Offizierscasino im Sheridan Park im Pfersee, wo nächsten Samstag etwas ganz Besonderes stattfinden wird, das Sie vielleicht interessieren könnte. Wollen Sie bauen oder vielleicht eine Wohnung kaufen? Und was ist Ihnen dabei wichtig? Eine gute Lage? Viel Grün drumherum? Eine lebendige Nachbarschaft, die Sie mitgestalten können? Und vielleicht Nachbarn, die Sie schon bei Einzug ganz gut kennen und mit denen Sie auf einer Wellenlänge liegen? Eine besondere Bauweise vielleicht? Barrierefreiheit? Und wahrscheinlich nicht zuletzt erschwingliche Preise? Viele haben das Gefühl, dass es in Augsburg kaum mehr möglich ist. Aber vielleicht doch, indem Sie gemeinschaftlich planen und gemeinschaftlich bauen. Und sollten Sie darüber mehr wissen wollen, was gemeinschaftliche Wohnprojekte überhaupt sind, wo es in Augsburg möglich ist, so zu bauen, welche Projektgruppen es vielleicht schon gibt, dann laden wir Sie herzlich ein zum ersten Augsburger Wohnprojekttag. Per Livestream am kommenden Samstag, den 26. September, ab 14 Uhr. Es ist keine Anmeldung erforderlich und es ist kostenfrei. Schalten Sie ein und bauen Sie mit. Wir freuen uns auf Sie. magistratusidden wir Ihnen alle zusammen im Pfeil zu treffen. Kurz dem Versöcklichen Jochen Psalm Vielen Dank.